Herzlich Willkommen bei Calisthenic Movement. In diesem Video erhaltet ihr einen kleinen Einblick, wie unsere vorgegebenen Trainingspläne gestaltet sind, damit euch die Entscheidung für einen der Pläne leichter fällt. Ihr seht hier die Übungen, die im dritten Anfänger-Trainingsplan enthalten sind. Alle Übungen sind in mehrere Progressionsstufen eingeteilt. So kann die am besten passende ausgewählt werden. Die Übungen dieses Plans wurden im Vergleich zum zweiten um effektive Körpergewichtsgrundübungen wie Pike Push-Ups, Jumping Lunches und Skin the Cat erweitert. Der Plan enthält Variationen, damit ihr auf unterschiedlichen Trainingsleveln gefordert seid. Außerdem erhaltet ihr Hinweise zur Erwärmung und Cooldown. Um nach diesem Plan trainieren zu können, braucht ihr eine Klimmzugstange und einen Barren oder ein paar Ringe und eventuell ein oder zwei Resistance Bänder. In der Beschreibung findet ihr die Links dazu. Die Übungen sind auf vier Tage in der Woche aufgeteilt. Die fünfte und die zehnte Woche sind als Testwochen konzipiert. Diese sind dafür gedacht, den neuen Leistungsstand zu überprüfen und mit vorherigen Leistungen vergleichen zu können, um die eigene Leistungssteigerung ablesen zu können. Alle Übungen des Plans können online in Videos angesehen werden. Diese Videos zeigen die korrekte Ausführung der Übungen und geben verschiedene zu beachtende Hinweise. Der Plan enthält leistungsabhängige Steigerungsmöglichkeiten, die sich automatisch an die Zuwächse anpassen. Generell wurde das Niveau der Übungen ein wenig angehoben und die Pausenzeiten noch ein wenig verkürzt. Dieser Plan ist für jeden geeignet, der weniger als 12 Pull-Ups, 15 Dips, 20 Push-Ups, 20 Burpees und 90 Sekunden Plank schafft. Falls ihr dennoch Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit per E-Mail an uns wenden. Wir versuchen, eure Fragen zeitnah zu beantworten. Wir wünschen euch nun viel Spaß bei der Auswahl eines Trainingsplans und viel Erfolg mit der Durchführung.